Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ...deutscher Fußballmeister Brasilia und den Röckchen! Er wird dieses Jahr auswarten, um die Gruppe zu geben in dieser Saison und er kann es kaum fassen, was er in dieser E-Spiel ist und wir sind so froh, dass er heute ist, Ceylon Shaquille! ...deutscher Fußballmeister Auslegung des ZDF für funk, 2017 Die Bütze im Schlammio! Die Bütze im Schlammio! Der Lange in der Abwehr, wenn es brennt, dann macht er auch sein Tor. Hier hinter mancher Fußballmaster Daniel! Und sie wünscht, auch er seine erste Saison spiel, der Ballett zu Bayern München und Max für Wende. Wie viele Tore, wie viele wichtige Tore! Und für Neu Mario! Doch auch er, er ist seine Vorgang nach Bayern und sobald ihren Einstand, Sibionitas e Sibionais und für Nummer 8, Gabi! Der Bütze im Schlammio. Deutscher Fußballmeister, guter Messer im Schlammio! Für Nummer 9, 30, Toni! Und für Nr. 27, deutsche Fußballmeister, Dengit! Und wir freuen uns, dass auch er, mein Widerfitt ist, wie er in der Mannschaft wieder anreifen kann. Und für 28, Holger! Was hat dieser Mann in den letzten Jahren für dich getobene Leipzig bei der Kirche geschossen? Und für Nr. 33, deutscher Fußballmeister, Mario! Auch er hat voll zugang zu Beginn dieser Saison. Und dass er so einschlägt, wir haben es alle gehofft, und es ist eingegeben, meine Damen und Herren, die Frisur als solche. Und für Nr. 4, Natel! Auch er spielt eine klankantische Region, Top-Score, viele Tore, der 12-Nieder, das heißt es nur gewartet, ladies and gentlemen, aus Oberberg. Und für Nr. 25, Thomas! Jürgen! Deutscher Fußballmeister 2013, beim FC Bayern München. Und für Nr. 10, Arne! Arne! Leser. Jürgen! Lützer Fußballmeister, die Siebenpal Jayden! Lützer Fußballmeister, die Sieb止! CND Andry! Lützer Fußballmeister, die Sieb止! Jürgen! Lützer Fußballmeister, die Sieben, Franken! Jürgen Mary... das in erased düngerreich. Orthoptimik, Hermann Es ist seine erste Meisterschaft und wir freuen uns, unsere Nummer einzig Tor, Manuel! Und wenn es jemand gibt, der für dieses Wir-Sang-Wir-Stehen, Wir-Sang-Würdig, dann ist es er. Da ist er, deutscher Fußballmeister und womit betrifft uns für Nummer 31, Bastian! Einsteiger! Und ohne Sie, der in dieser Ersang-Wir-Sang-Würdig gewesen ist, wir mit unseren Festgeistern, Peter Hjama, der Tiger, Hjama Bärland und unser Torwarträger Toni Zabalowitsch. Glückwunsch auch an euch! Auch er hat erst zu Beginn der Saison seine Dienste angebildet. Und er hat großen Anteil daran an dieser Saison. Hier ist unser Sportvorstand, hier in Matthias Sammer! Anker konnte er uns schon freuen im Spiel begangen. Es ist heute sein erstes Heilspiel in seiner Mannschaft hier mit dem FC Bayern München. Es gibt noch was zu tun in dieser Saison. Und ich wünsche Ihnen allen Erkenntnis Gute. Aber jetzt erstmal Danke für alles, was euch über den FC Bayern wünscht. Und den ganzen Weg ist nur in dieser Aufmerksamkeit gewesen. Meine Damen und Herren, wir sind da! Danke! Danke! Jörg Pankes, unser Schönen Trainer! Und zum Unterricht, meine Damen und Herren, der Kapitän des FC Bayern München, gebürtiger Münchner. Er weiß ja wie das ist, wenn man Deutscher Meister wird. Aber ich glaube, dieses Jahr freut sich auch ganz besonders. Und für Nummer 21, Philipp! Go! Wah! Und beide Torsten, breit! Gut! 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 Hey! 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Hey! 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 iot von 5, 2, 1. 2, 1. Oh! Hey! Applaus 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 durch Schmarringen von der Oberbürgermeisterstraße abfahren, der von Kutter hin bis zum Artenhaus von 5.1, so scheint es mir, hat der Gegner kurz auch halt eingegangen, das ist sogar sowas wie Sonne jetzt auf Großbritannien. Ja, wenn es in Bayern war es möglich. Sehen Sie, das auch Schaubort in Ruhe. Ich danke Ihnen nur der Vollständigkeit, Herr Dalmer. Wir übertragen die Bilder dieses Dorsos und auch Gartenfeier von Marienland. Hier auf unserer Weitwelle, hier in der Alianz Arena, und auch in der Ebenenfeld oben in unserem Vereinspuseum, hat ja jetzt auch noch zwei Stunden geöffnet, also auf Anlagen und auch auf Rundstraße mit der Polizei, macht es eh nichts Sinn, um zum Berlinplatz zu kommen, einfach weil da jetzt schon die Runde los ist, vollkommen überfüllt, das nur zu Ihrer Information, es bleibt wieder aber wie wir selber, aber es scheitert jetzt wahrscheinlich, sich das BK hier anzuschauen. Und Sie wissen, es gibt noch viel zu tun für den FC Bayern, und in dieser Saison in zwei Wochen das Champions-League-Finale, in London gegen Mislavort und eine Minute später, das E-Welt-Funk-League-Finale in Berlin gegen den Kampf in Stuttgart. Wir haben noch was zu tun, in diesem Sinne entweder bis gleich auf Marienplatz, oder bis die Lage, an einem großen Abende nach, bei einer Dinge zu meinem neuen neuen Kochen-League-Finanzer mit einer Ausbildung und Abегоßung. Wir sind heute mal wieder, Wir sind heute ab, Wir sind heute ab, Timiko 가면 jetzt auf, wir sind heute ab, wir sind heute ab! Wir sind heute ab und erlebt uns am Ende ab! Wir haben heute ab, Vielen Dank.